so hallo youtube das gibt hier wohl das letzte video auf dem kanal mit meinem guten alten samsung galaxy s 4.2 wifi das ist so ein media player von samsung und mit dem habe ich die letzten zwei jahre gefilmt das ist so was wie so ein gegend stück zu dem ipod von apple also der ist halt wedern fähig also wie so ein kleines tablet das war mein universalgerät einfach für alles mögliche der kann eigentlich fast alles außer telefonieren und ja heute ist so ein bisschen großer tag kann man sagen weil ich habe mir heute heute vormittag mein erstes smartphone gekauft ich habe vorhin noch nie ein handy in meinem leben obwohl ich schon über 40 bin und heute früh war ich im elektromarkt und habe da mal zugeschlagen samsung galaxy s 6 und warum zeige ich das hier auf dem kanal ganz einfach der hauptgrund warum ich mir das gerät gekauft habe ist natürlich dass ich das in zukunft als kamera für youtube benutze es hat wohl eines der besten kameras die es so auf dem markt gibt vielleicht noch neben dem neuen apple hat ja auch eine relativ gute kamera wahrscheinlich aber so von den android geräten hat es eine sehr gute kamera also auch sehr lichtempfindlich die auflösung sowieso 4k video keine ahnung werde ich wahrscheinlich sowieso nicht nutzen aber die lichtempfindlichkeit ist sehr gut und wir haben einen optischen bildstabilisator verbaut das heißt man kann auch mal freihändig filmen ohne dass man danach ein schlechtes gewissen hat und sich die leute beschweren dass es so verwackelt ist die ganze zeit vorher weil eben hier so ein samsung galaxy s ist halt total veraltet mit mit dem vom betriebssystem her wie heißt das android 2 glaube ich also ist schon wahrscheinlich zehn jahren nichts mehr aktuell schätze ich jetzt einfach mal und da haben wir das neueste alles das neueste verbaut ja gut wir wollen es mal ausbacken ich habe selber auch nicht in der hand gehabt für mich auch vielleicht ein bisschen ungewohnt weil ich ja eben noch nie ein handy besessen habe ob ich das jetzt immer so einsteck und mit mir rum trage kann ich noch gar nicht glauben ja ja schön flach ist es und es hat eben vorne und hinten glas soll das ziemlich unempfindlich sein das so gorilla glas irgendwie die kamera steht ein bisschen vor bin mal gespannt wie es geht also soll er wirklich sehr gut sein jetzt hoffe ich mal dass da auch noch in meine in meinen adapter für die für das stativ reinpasst aber so viel von der breite her macht es jetzt gar nicht so viel aus sehe ich jetzt gerade müsste also schon reinpassen ja ja hätte ich mir vor kurzem nie träumen lassen dass ich mir ich manchmal ein handy kauf und da so ein bisschen von meiner freiheit praktisch weg gebe weil bis jetzt konnte ich mich immer rausreden mich konnte nie jemand anrufen mich irgendwo nicht unterwegs war konnte mich nie einer erreichen konnte immer machen was ich wollte selber habe ich nie das bedürfnis gehabt von unterwegs zu telefonieren und internetzugang von unterwegs war irgendwie auch nicht so interessant das ist halt wenn man schon sagen wir mal ein bisschen älter ist dann kennt man auch noch die zeit wo es das überhaupt noch nicht gegeben hat und ja aber jetzt ist es halt soweit und ich werde wahrscheinlich aber nicht so ein junkie werden wie viele andere da wo man so kennt im bekannten kreis sondern das haupt ding war eben die gute kamera und dass ich halt bei youtube ein bisschen flexibler bin dass man unterwegs auch mal vielleicht einen kommentar schreiben kann oder mal was beantworten kann von unterwegs ja ja wollte ich eigentlich mal zeigen das war eigentlich der hauptgrund warum ich das hier zeige weil das meine neue kamera wird und dann kann sich jetzt auch keiner mehr beschweren dass ich nicht in hd die filme hochladen werde ich wahrscheinlich schon in hd hochladen wenn ich schon habe und dann ist das ganze ein bisschen angepasster und die lichtempfindlichkeit ist auch um einiges besser ich habe ja immer relativ dunkle videos wenn das licht nicht gerade so passt das soll da also auch besser sein könnt ihr mal schauen in zukunft wie das ausschaut das ganze ok wenn jemand irgendwelche tipps für mich hat was man damit so machen kann weil ich eben da überhaupt keine ahnung habe von solchen sachen kann aber gerne was in den kommentaren reinschreiben ob man vielleicht damit auch sogar videos bisschen schneiden kann oder irgendwelche effekte einbauen kann wie es viele so machen zeitlobe kann es glaube ich habe ich schon mitbekommen dann ja können wir was reinschreiben wäre vielleicht nicht schlecht ansonsten danke fürs zusehen und dann bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal